Wer die PlayStation 4 gewonnen hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, los geht's! Ja Freunde, erstmal vielen, vielen Dank, dass so viele Leute an diesem wunderbaren Gewinnspiel teilgenommen haben. Ihr habt auf jeden Fall Lust auf die PlayStation 4 Pro 1TB, das hat man gemerkt. Und das ist auch ein gutes Feedback für uns, damit wir in Zukunft besser wissen, was wir so verlosen könnten. Dadurch sind auch viele neue Leute hier auf diesen Kanal gestoßen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen umgesehen und findet die Inhalte interessant und könnt was für euch selber mitnehmen und bleibt uns erhalten. Nochmal auch vielen Dank an Mobilcom Debitel. Die haben uns nämlich die PlayStation 4 Pro zur Verfügung gestellt. Nur durch diese Firma ist es quasi möglich, dass ihr das heute gewinnen könnt. Und zwei Sachen, bevor jetzt ausgelost wird. Als erstes, der Gewinner sollte uns an die folgende E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet ist, eine E-Mail schicken, dass er gewonnen hat. Da aber auch andere Leute natürlich eine E-Mail-Adresse nutzen können und wir auf Nummer sicher gehen müssen, dass auch wirklich der Gewinner ist, der uns da anschreibt, denkt sich der Gewinner nochmal einen vierstelligen Code aus. Der kann aus Buchstaben und aus Zahlen bestehen. Und diesen Code schreibt er einerseits einmal in die E-Mail-Adresse rein und andererseits unter seinen Gewinnkommentar mit dem Account, mit dem er auch diesen Gewinnkommentar geschrieben hat. So können wir dann wirklich sicher sein, dass es sich um diese Person handelt. Und Punkt Nummero zwei. Wir haben ein zweites Gewinnspiel mit einer PlayStation 4 Pro. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Das Ganze funktioniert mit unserer Deal-Doktor-App. Das Ganze ist unten verlinkt und nochmal beschrieben, wie das genau funktioniert. Wir haben insgesamt 3.298 verschiedene Kommentare und einer dieser Kommentare wird jetzt gewinnen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los und drücken auf Start. Und gewonnen hat Space Fish und er schreibt, ich würde Apex Legends zuerst auf der neuen PS4 spielen. Hier seht ihr es. Herzlichen Glückwunsch. Space Fish, du hast gewonnen. Gerne, wie ich das eben schon beschrieben habe, uns eine E-Mail schicken an die hier angegebene E-Mail-Adresse und dann einen Code eingeben. Diesen Code dann nochmal unter deinen Gewinnkommentar runterschreiben. Also genau das, was du hier gerade kommentiert hast, genau darunter. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dieser PlayStation 4 Pro. Wird dir dann zugeschickt. Natürlich brauchen wir auch deine Adresse, damit wir da entsprechend was schicken können. Und ich würde sagen, Freunde, alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, keine Sorge. Wie gesagt, es gibt ein zweites Gewinnspiel, wo ihr dran teilnehmen könnt. Kein Problem. Ihr habt auch eine zweite Chance. Läuft übrigens bis zum Ende Juni. Also bitte ein bisschen Geduld haben. Das Ganze ist hier unten verlinkt. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir werden euch auch in Zukunft bei neuen Gewinnspielen und natürlich bei unseren Inhalten hier auf dem YouTube-Kanal wieder willkommen heißen können. Und ich würde sagen, macht's gut. Hier habe ich ein wunderbares Video für euch. Checkt das gerne mal aus. Wir sehen uns. Macht's gut und tschau's.